Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 4 und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr wisst ja, ich bin ein YouTuber, der nicht schönt. Ne, ich bin wirklich ein YouTuber, der nicht schönt und wollte einfach mal heute ein kleines Video machen. Erstens mal, Anfang Dezember wird es tatsächlich wieder so sein und das ist tatsächlich so, dass ich wieder anfangen werde. Und das steht 100% fest. Ne, ich habe ja zur Zeit ein paar Probleme noch an meinem Fernseher. Ich werde noch einen neuen Fernseher kaufen. Ich schaue mal nach 4K-Fernseher, vielleicht hole ich mir so einen. Und auf jeden Fall hole ich mir einen neuen Fernseher und dann lege ich mal wieder richtig los mit Let's Plays. Ich werde Online-Spiele spielen, Offline-Spiele, Fallout 4 werde ich mir holen, vielleicht auch in Battlefield Hardline. Ich muss mal schauen. Call of Duty hole ich mir nicht, diesen Zukunftsmist. Auf den scheiß ich, ganz ehrlich, den will ich nicht. Und ja, wie schon gesagt, ich bin ja ein YouTuber, der nicht schönt. Ich sage alles, wie es ist. Natürlich mögen mich manche nicht durch meine Haltung, weil ich jetzt zum Beispiel einen YouTuber mal angehe, weil ich mal meine Meinung vertrete. Da kommen die ganzen kleinen Hater an und müssen sagen, du Spaß, du Opfer. Ja, Leute. Meistens beleidigen mich natürlich so kleine Kinder. Und das Schlimmste ist diese kleinen Kinder, die nicht mal, äh, äh, ich meine, ich habe ja nichts gegen kleine Kinder. Ich habe so viele junge Abonnenten. Meine Fresse, ich habe doch nichts gegen euch. Aber ich habe was gegen kleine Kinder, die mich irgendwie angehen oder irgendwie versuchen, mich fertig zu machen. Ja, da muss ich diesen kleinen Kindern das hier zeigen. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist? Das sind drei Jahre Ausbildung. Drei Jahre Ausbildung als Koch. Ein richtig beschissener, nun ja, beschissener, anstrengender Beruf. Ich habe mich durchgeboxt durch die scheiß Ausbildung und habe es nun endlich geschafft, ne? Ich verdiene annähernd fast 2000 Euro netto und, äh, ja, habe meine eigene Wohnung. Und, äh, yo, super Mann. Das soll nämlich halt beleidigen. Interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. So. So, wie soll ich grüßen? Yo, ich grüße erstmal alle meine Abonnenten. Äh, dann grüße ich natürlich, äh, auch noch den Agent 007 von dem Clan Libanon Elite. Ähm, yo, ein cooler Typ, wollte ich noch sagen. Ähm, mehr sage ich dazu jetzt nicht. Äh, es gab da mal so einen Vorfall. Wollen wir nicht mal drauf eingehen. Auf jeden Fall, Agent, was geht ab? Lauermilch und Smashbro und Lars. Und jetzt habe ich tausend Leute vergessen. Es tut mir leid. Haut auf jeden Fall rein. Anfang Dezember fange ich auf jeden Fall wieder an mit regelmäßigen Let's Plays. Bis dann. Ciao. Editt mich doch, wenn ihr Lust habt. YouTube Gamescom. Zack. Guckt in die Videobeschreibung. Wollen wir es?